Drei, zwei, eins. Was? Warte ab, warte ab. So meine Damen und Herren, Bootcamp-Tag. Genau, es ist ein zweiter Vlog jetzt da. Wir gehen jetzt Trampolin schon, das wird richtig lustig. Wir haben ja Kenny da. Ein paar Fortnite-Geber, die sich gerade duschen. Ja, piss dich mal. Ich bin in die Tire, Digger. Ich bin gerade in die Dusche gepisst. Was? Wir gehen jetzt in einen Trampolin-Park und ich hoffe, das wird sehr lustig. Was sagt Anna dazu? Fetten. Wo sind wir hier gelandet? Ist dir kalt? Da machst du 33 Jacken an. Wo du da bist, ist mir low-key heiß. Wie heißt du denn? Auf die Stelle, Leute! Schön auf die Stelle, Leute! Na, groan, ESB! Achtung, Hux nach vorne! Ja! Was passiert hier? Oh mein Gott! Ich mach jetzt auch was. Ja, mehr kann ich nicht, Digger, was guckst du mich so an? Oh mein Gott, mein Freund macht Backflips! Alter! Jetzt land ihn! Wow! Was? Es fühlt sich, glaube ich, viel cooler an, als es wirklich aussieht. So, die machen jetzt hier der Faulgeister wieder. So, die machen jetzt hier der Faulgeister wieder. Wir waren jetzt gefühlt ein bisschen Sport machen in der Trampolin-Ding. Und haben hier jetzt 99 Chicken-Bar gekauft. Und werden sehen, wer die meisten geschafft hat. Wir beide sind in einem Team Wettessen. Wir werden sehen, wie es uns danach geht. Okay, okay, okay. Kein Bart mehr! Dreimal könnt ihr raten, wer verloren hat. Meine Mama ruf sich wieder an. Wie? Jetzt wird mein Bart pink gefärbt, Leute. Was ist hier passiert? Ich hab sowas noch nie gesehen. Ja. Das war's, mein letzter Vlog, Leute. Also, bitte lasst jetzt einen Sub da oder sowas. So, Leute, es ist jetzt Tag 6 vom Bootcamp. Schande und ich haben natürlich wieder die gleiche Idee, einfach riesig noch einmal mit Wasser zu wecken. Wollte ich das Ding nehmen? Das ist echt irrenlos. Boah, das ist mehr als letztes Mal. Boah, das ist schwer. Das sind legit 10 Liter jetzt. So viel mehr als letztes Mal. Warte ab, warte ab, warte ab. Ich schwör's an Schlaf. Ich hab's nur angezündet. Ich schwör's an Schlaf. Ich hab's nur angezündet. Ich werd dich ficken. Also, wirklich. Ich bin dich wieder. Ich schütte ein Ziel auf dich oder sowas. Mann, Vardell machen seit fucking 15 Stunden Win Challenge und da ist keine Aussicht. Es ist 5 Uhr in der Früh. Wenn die jetzt down gehen, stümeln wir alle. Wenn die normal down gehen, dann juckt's die Leute. Willst du einfach so rennen? Ja, nein. Wir hätten ihn schon gehört. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay, wir haben jetzt Sparring X Phoebe gegen X Varial. 3, 2, 1, GO! Okay, okay. Ja, genau. Okay, okay. Oh, macht's so gut. Bauch bis in Bauch, Seite. Nein, das tut weh. Das tut voll weh. Er will es, Bibi, er will. Ja, härter. Ich vergegen ihn, ich vergegen ihn. Nein. Okay, okay, okay. Ey, das ist Mobbing. So, Freunde, was machen wir jetzt? Ficken! Was hast du gerade gesagt? Foden. Du hast Ficken gesagt? Foden. Ich hab auch Ficken verstanden. Okay, Outfit check, radial. Hands, hands. Yeah. Yeah. Wer hat das beste Outfit? Melli. Okay. Aus der Flasche, Alex. Komm, runter damit. Runter, ja. Runter, damit der Abend schon mal losgeht. Ohhhh. Ja, gut. Also, erst jetzt die Statements für den heutigen Abend. Pfff. Ich scheiße. Auf euch. Wofür wollte ich nicht? Ja, so. Rede, rede, okay. Danke, dass ihr alle hier seid. Ich mag euch alle. Ja, danke. Ja, okay. 3, 2, 1. Aber was hast du denn jetzt erwartet hier eigentlich? Ich glaub, ich hab die Tochter. Oh, nee. Das ist die. Ey, Chef. Ja, okay, also. Ey, ich krieg, no joke, 100 Euro. Jetzt. Oh. Also. Jetzt raus aber. Also. Das ist crazy. Digga. Fuck. Also, das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Und die Träume, die hier. Ich sag, es ist nicht meins. Ich sag, ja, Hanni ist es wohl, Manni. Aber ich ess kein Fein. So, talk like this. Ich bin, ist nicht spannend. Ich bin, ist nicht ruhig. 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 Baby, die Karten brennt. Wenn wir, wir, können nach Kalt ist, bin der Mensch a gast. Okay, 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 okay! Wie geht's dir? Ja! Dir geht's gut? Ja! Muscha, kuscha, log! Mein Team ist im Wien und verliebt! Was soll das? Hilfe! Ja! Hoppe, hoppe! Ja! Ja! Na, ne? Ja! Ja! Na, 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 na... Building your head, nope! Na, 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 na! Na, 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 na... Na, 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 na...